Herzlich Willkommen zurück zu neuen Smash Tutorials hier bei Super Smash Bros Ultimate. Heute mit Mewtwo, dem einzig legendären Pokémon in diesem Spiel. Ja Mewtwo ist eigentlich ziemlich cool, wenn man den ein bisschen verstanden hat. Macht mir in letzter Zeit sehr viel Spaß. Deswegen genießt das Tutorial. Ich werde in diesem Tutorial natürlich die Kombos, die Moves erklären und natürlich am Ende auf das Mewtwo Game zu sprechen kommen. Also stellen wir den ganzen Quatsch hier aus und dann legen wir auch schon los. Ja Mewtwo ist ein Sonderfall, sag ich jetzt mal. Ist ein großer Charakter, könnte man meinen, dass er schwer ist. Wenn man jetzt in den Pokédex schaut, dann ist auch sehr auffällig, dass er eigentlich gar nicht so leicht ist. Aber Sakurai denkt sich, komm wir machen aus Mewtwo Leichtgewichten, Glas scannen. Er wird hartgekombot und stirbt schnell, was ein bisschen suboptimal und komisch ist. Das ist halt so eine der größten Schwächen von Mewtwo. Dafür hat Mewtwo echt ein cooles Combo Game und kann den Gegner extrem schnell killen, wenn man es richtig anstellt. Und das ist so Mewtwo Stärke. Dash ist auch sehr geil. Sehr sehr schnell, wie ihr sehen könnt. Ich fliege quasi über den Boden. Auch der Run, wo er ehemals so schwebt, ist auch sehr sehr schnell. Also Mewtwo ist schon ein schneller Charakter. Eher Mobility ist auch amazing. Vor allen Dingen der zweite Jump ist richtig sick. Wie bei Ness kriegt er beim zweiten Jump extra Höhe hinzu. Was natürlich erstmal ein bisschen ungewohnt erscheinen mag und nervig sein mag, wenn er andere Charaktere spielt, wird dann letzten Endes zu einer seiner größten Stärken. Weil man die Gegner in der Luft besser chasen kann mit diesem Jump. Weil man auch eine extra Höhe gewinnt und natürlich hilft es beim Recoveren. Dieser extra hohe zweite Sprung. Definitiv nicht schlecht. Grab Range, relativ normal. Pivot Grab. Das sind ja ganz gute Grab Range. Also Pivot Grab ist schon insane. Seht ihr? Echt gute Grab Range. Und Dash Grab ist auch in Ordnung. Nur er wird halt ganz gut gepunished. Hat einiges an Leck, wenn er whifft. Aber ja, es ist wie es ist, ne? Man kennt das. Gut. Jetzt würde ich sagen, fangen wir mit dem Moose an. Ähm, zu allererst haben wir die Dash-Tech. Die Dash-Tech ist gar nicht mal so schlecht. Ist sehr lange aktiv. Und... Naja, man kann versuchen, zwei zu chainen. Und hat eventuell noch ein Follow-up. Also das ist keine True-Combo. Dash-Tech in Fair, Dash-Tech in To Near. Aber man kann versuchen, das zu connecten. Genau wie Dash-Tech in To Dash-Tech. Kann man auch versuchen zu connecten, ist nicht True. Aber ihr seht, diese Hitbox ist sehr lange aktiv. Gerade wenn man den Late-Hit trifft, der natürlich weniger Knockback hat. Ähm, dann ist es eben halt etwas einfacher, einen Follow-up zu kriegen. Wenn ich jetzt hier mit dem Start-Up-Hit treffe, dann ist es natürlich schwieriger, hier einen Follow-up zu bekommen. Sollte aber klar sein. Der Late-Hit ist sogar etwas combo-bar. Ja, ihr seht das hier. Ist ganz geil. Aber der Late-Hit ist natürlich auch nicht safe on Shields. Und ja, wird meistens dann gepunischt. Aber, wenn man natürlich jetzt irgendwie ein Landing punishen möchte vom Gegner. Und das dann so timet, dass der Late-Hit trifft, dann kann man eventuell, ja, einen Combo-Starter durchbekommen. Ist ganz nett. Aber sowas hier ist natürlich kein True-Combo. Wenn man, äh, Combo dann mit elated. Aber so kann das natürlich cross-upen und somit auch safer. Außerdem ist der Hit stärker und auch so, äh, schwierig als Punish für Gegner. Weil es mehr Shields dann hat. Aber ja, das Space-Elite-Dash-Tech würde ich jetzt im Neutral nur als Whiff-Punish benutzen. Und wenn der Gegner, ähm, ja, gerade am Landen war, dass man da eben halt dann reingeht mit der Dash-Tech. Das ist eine ganz gute Sache. Aber das war's auch schon. Ist relativ straightforward. Ist trotzdem gut. Dash-Tech kommt ziemlich schnell raus. Travelt sehr weit und ist sehr lange aktiv. Gut. Kommen wir jetzt zu dem Jab. Der Jab vom Mewtwo. Ist eben halt ein Rapid-Jab. Man hat hier Jab 1. Kann man als Mix-Up in Grab oder in Down-Tilt kommen wollen. Ne? Aber, wenn man dann, äh, A gedrückt hält, kommt eben halt der Rapid-Jab raus. Der Rapid-Jab ist einfach eine schnelle Option und, ähm, ja, ist halt eben halt dafür da, wenn man den trifft. Ne, mal ein bisschen Damage aufzubauen. Wenn man den hält, dann geht er auch ein bisschen weiter nach vorne, wie ihr seht. Was ziemlich geil ist. Weil, Jab 1 hat jetzt nicht die beste Grab, äh, Jab-Range. Aber halte ich den, äh, Jab gedrückt, dann verdoppelt sich eben halt diese Reichweite. Was ziemlich geil sein kann. Aber ja, das ist basically der Jab. Also, ehrlich, nur als schnelle Option benutzen. Ist natürlich auch disjoint durch diese, ja, dunkle Welle da. Aber, ja, in den meisten Fällen ist der Down-Tilt eh mal besser. Weil der Down-Tilt ist wirklich der beste Move vom Judo. Das A und O. Kombostarter Nummer 1. Super schnell. Super gute Reichweite. Und, ja, das ist einfach der beste Move vom Judo. Und er shifft seine Hurtbox ein bisschen da unten. Von daher, Jab wirklich nur aus dem Schild. Oder wenn der Gegner irgendwie, äh, ein Move gemacht hat, den ihr wirklich nur mit dem Jab punishen könnt. Da macht es. Aber, in den meisten Fällen ist der Down-Tilt eh mal die beste Option. Ja, Leute. Kommen wir jetzt zum Down-Tilt. Der Down-Tilt ist eh mal der Haupt-Kombostarter vom Judo. Ähm. Bei Low-Prozent geht man optimal für die Neutral-Air. Na. Down-Tilt Neutral-Air, dann kommen wir fast vor. Und den Gegner weiter chasen. Je nachdem, wo der Gegner ehemals ist. Na, wenn der Gegner so in Mutual-Air gefangen ist. Dann ist es entweder so, dass der Gegner nach vorne fliegt oder nach hinten fliegt. Ist der Gegner in der Mutual-Air vor Mewtwo, fliegt er immer nach vorne. Ist der Gegner in der Mutual-Air hinter Mewtwo, fliegt er immer nach hinten. Somit wisst ihr immer, wohin der Gegner fliegt. Na, guck jetzt da hinter mich. Jetzt kann ich mit Dash-Tech-Kombo. Richtig geil. Na. Man sieht es halt. Man kann das dann richtig gut kommen. Und Down-Tilt Neutral-Air, je nachdem wo der Gegner ehemals hin fliegt. Kann man dann, ähm, den Gegner chasen. Mit einem weiteren Down-Tilt kann man eine weitere Näher machen. Oder ehemals Fairs. Oder bei diesen Prozenten kann man sogar Up-Air machen. Na, das geht natürlich auch bei Mid-Prozenten. Ab Mid-Prozent könnt ihr Down-Tils Up-Air machen. Na, und das geht dann bis High-Prozent. Seht ihr? Auch richtig geil. Down-Tilt Up-Air und dann nochmal Full-Loop Up-Air. Richtig schön. Alternativ kann man auch Down-Tilt Fort-Air machen. Sieht dann so aus. Ne, das Schöne ist bei Fort-Air, dass der Gegner, ja, schwer darauf reagieren kann. Sagen wir es mal so. Weil die Fair ist sowas von schnell. Und dann kann man die Gegner sehr schnell chasen. Und dann kann man so schnell Mix-Ups machen. Weil die Down-Tilt Fort-Air ist eher so Mix-Up. Im Optimalfall macht bei Neutral-Air mehr Schaden. Und man kann eventuell die Strings verlängern. Bei Fort-Air kann es nicht so einfach die Kombos chainen. Wie bei Neutral-Air. Bei Neutral-Air kann ich den Gegner immer weiter chasen. Jetzt weiß ich, er kommt hinter mir. Kann mit Dash-Tag-Kombo und kann so viel schneller Prozente aufbauen. Aber, ihr habt es eben gesehen, ne. Wenn der Gegner nicht drauf gefasst ist, kann man den easy auf Guard bringen. Und hat dann eben halt sowas. Also, Mewtwo besteht auch wieder mal aus Mix-Ups. Wie viele Charakterien in Super Smash Bros. Ultimate. Und ich denke, das ist ein Mix-Up-Wert, wenn man so einen Reward rausbekommt. Also, Down-Tilt Fort-Air. Down-Tilt Neutral-Air. Bei Low-Prozent. Wie gesagt, bei 50% kann man natürlich auch, ähm, das in der Up-Air kommen wollen. Und sowas. Was natürlich auch geht, ist, ähm, Down-Tilt-Back-Air. Reverse-Area-Rash-Back-Air muss es natürlich sein. Ist besonders gut an der Edge. Weil man, ähm, den Gegner easy damit Edge-Guarden kann. Einer der besten Edge-Guard-Moves im gesamten Spiel, wenn nicht der Beste. Von Mewtwo-Back-Air ist richtig insane. Und was man auch machen kann an der, ähm, ja an der Kante. Ist eben halt Down-Tilt-Down-Air. Bei Mit-Prozenten ist der Gegner instant tot. So ab 50% ist der Gegner einfach direkt weg. Das ist richtig. Und wenn es nicht reicht, dann gibt er ihnen halt noch eine Down-Air. Und Down-Tilt-Down-Air, auch sehr nice. Kann man auch On-Stage verwenden natürlich. Was richtig macht. Und kann dann in Up-Smash-Kombo. Für extra Damage. Warum nicht? Kann man machen als Mix-Up. Müssen nur aufpassen, dass er auch die Spike-It-Box bekommt. Dazu benutzt hier einen Full-Hop. Das ist auch eine Kombo. Down-Tilt-Down-Air, Up-Smash. Also könnt ihr sehr kreativ sein mit Mewtwo. Aber das finde ich auch sehr geil. In der Back-Air. Doch auch gerade für Edge-Guarding. Ist besonders gut, wenn ihr wisst, ja die Down-Air spiked jetzt nicht. Ungefähr in dieser Situation. Geht ihr halt für eine Back-Air. Killt auch. Und wenn es durchkillt, dann habt ihr eben einen Free-Edge-Guard. Zur Back-Air kommen wir noch. Aber ja, das waren jetzt erstmal die Down-Tilt-Sachen. Gibt es sonst irgendwas zum Down-Tilt, was ihr wissen müsst? Ja. Der Down-Tilt-Kombo. Auch in Up-Tilt. Habt ihr sowas. Dazu müsst ihr aber komplett nah dran stehen. Manchmal fliegt der Gegner nicht hinter euch. Dann könnt ihr jetzt in eine Fair-Kombo. Nah in Up-Tilt. Wenn der Gegner hinter euch fliegt, dann könnt ihr jetzt natürlich in eine Back-Air-Kombo. So, habt ihr solche Strings. 64% for free. Was wollt ihr mehr, Leute? Was wollt ihr mehr? Und, ähm, die Tipper-Hit-Box kombot nicht. Kommt höchstens in eine Dash-Tag. Und das ist auch nicht mal so toll. Aber ja. Das ist doch alles, was man zu daute wissen kann. Ihr seht schon. Es ist fantastisch aus dem Dash. Ist ein guter Combo-Starter. Und ist auch mega safe. Weil, guck mal, wie schnell der ist. Und Mewtwo-Shiftet noch seine Hard-Box. Ich bitte euch. Was wollt ihr mehr? Der Move ist so klasse. Der Move ist wirklich fantastisch. Okay. Kommen wir jetzt zum F-Tilt. Der F-Tilt ist hauptsächlich für Tag-Chase. Der gegen einen Tag Mist hat. Da kann man wieder seinen Down-Tilt-Kombo starten. Richtig geil. Und, ja, was soll ich sagen. Es gibt ein paar Kombos in den F-Tilt. Bei Low-Prozenten Fair-End to F-Tilt. Und Landing-Back-End to F-Tilt. Das sind halt so ein paar Kombos die Marte. Nichts besonderes. Aber, ja, es kombot immerhin. Das will ich mal sagen, ne. Und, äh, Up-Air-End to F-Tilt. Auch bei Low-Prozent. Es sind alles nur Low-Prozent-Kombos. Nichts besonderes eigentlich. Und wie gesagt, wir können dann natürlich versuchen, Up-Tilt, Back-Gear und dann mit F-Tilt das zu finishen. Weil, wenn der Gegner nicht on-ground kommt. Nicht in eine Tech-Situation geforced ist. Und Off-Stage geschlagen wird. Weil, der Move hat eben halt relativ viel Knock-Back. Dann habt ihr eben halt eine Ledge-Guard-Situation. Mewtwo ist extrem gut in Edge-Guard. Von daher ist es, denke ich, auch ein nützlicher Move. Kann eine gute Reichweite. Wie die extrem gute Reichweite sogar. Und, ja. Ihr könnt Mist-Tags natürlich auch mit einem Dash-Tag punishen. Aber, im Optimalfall macht ihr Down-Tilt und starten wieder eure Kombos. So ist das nun mal. Ja. Er lastet, äh. Mewtwo-Air kann auch in F-Tilt kommen. Und dann können wir versuchen, den Gegner zu Edge-Guard. Der Move-Killt auch bei 120%. Na, wer ihr es wissen wollt. Ist, denke ich, ganz nützlich. Weil, wenn ich hier den Namen bekomme, dann kann ich eben halt meine Back erst machen. Und schon war's das. Mewtwo ist ein Gott in Edge-Guard. Ein Gott. Da ist er wie ein legendäres Pokémon. Aber, gut. Das war's eigentlich zum F-Tilt. Es ist wirklich hauptsächlich, um Tech-Situationen zu verhorchen. Um die Gegner Off-Stage zu schleudern. Um, äh. Ledge-Guard-Situationen herbeizurufen. Ist ganz nett. Kann auch Pillen, um prozenten. Aber, ja. Kann auch gepanisch werden. Ihr seht. So lag das ist der jetzt nicht. Kommen wir jetzt zum Ab-Tilt. Der Ab-Tilt-Kombo. Zweimal in sich selbst. Der kann man es im Back-R-Kombo. Und nach dem Back-R kann man dann noch ein Abwehrmarm immer richtig schnell. Kann dann so seine Kombo-Extend. Kann dann für weiter Back-R-S gehen. Und so weiter und so fort. Aber es ist basically die Kombo. Ab-Tilt-Ab-Tilt. Back-R. Ab-R. Und dann eventuell noch eine weitere Back-R. Oder Dash-Tech. Hier hat irgendwie der Gegner die Eid. Ist richtig geil. Die Ab-Tilt-Hitbox startet vor Mute und endet hinter ihm. Die hinten-Hitbox kommt gut in der Back-R. Gerade bei diesen Prozenten ist es eigentlich eine gute Sache in der Back-R das zu Kombo. Bei dem Prozent nicht mehr zu. Aber wenn es dann trifft. Mit dem Start-Up von der Back-R, dann killst du auch. Richtig geil. Die Vorder-Hitbox-Schleute geht da auch nach hinten. Ganz nützlich wie ich finde. Man kann auch Ab-Tilt-Ab-Tilt-Back-R machen. Und dann fast vor und dann wieder Ab-Tilt machen. Und dann eine weitere Back-R rauskriegen. Ist auch ganz nice. Wenn ihr hier sehen könnt. Aber die Fort-R ist so broken von Mute wie früh die killed. Unbelievable. Aber ja, das ist basically der Ab-Tilt. Guter Anti-R-Move. Verdammt gute Range. Und wie gesagt, kann natürlich in Kombos benutzt werden. Landing Up-R into Ab-Tilt. Landing Forward-R into Ab-Tilt. Landing Back-R into Ab-Tilt. Landing Back-R into Ab-Tilt. Das geht nicht so gut wie ich finde. Aber kann auch funktionieren. Aber ja. Am besten Combo das eben halt. Wenn ihr wirklich vor dem Gegner steht. Weil wie gesagt. Die Hitbox startet vor Mute. Deswegen ist Back-R into Ab-Tilt auch nicht so toll. Weil der Gegner kann das eigentlich mit schnellen Mutes punishen. Forward-R. Und Landing Up-R into Ab-Tilt. Das funktioniert. Definitiv. Gut. Das ist so ziemlich alles was man damit machen kann. Wir können natürlich auch noch Mutual-R into Ab-Tilt machen. Funktioniert auch. Müsst ihr aber fast wollen die Mutual-R. Sonst funktioniert es nicht so gut. Seht ihr? Also. Guter Anti-R-Move. Guter Juggle-Move. Pombo-Starter. Und auch Combo-Extender. Richtig nice. Kann man nicht anders sagen. Natürlich nicht so gut wie der Down-Tilt. Aber ziemlich nice. Der zweitbeste Tilt vom Muteu wie ich finde. FC ist der schlechtste. Aber. Ist auch ziemlich nützlich. Ne. Gerade hier an der Edge. Kommen wir jetzt zu den Aerials-R-Mute. Fangen wir mit den Mutual-R an. Hab ich ja auch schon einiges dazu gesagt. Aber. Was ich noch nicht gesagt habe. Ist das hier. Wenn ihr den letzten Hits von Newton-Air trefft. Und dann Fast-Falls. Könnt ihr jetzt in den Disable bis 25% Combo. Könnt ihr dann ein Smash machen. Ein Grab machen. Oder ein Down-Tilt-Combo starten. Das Wichtige ist aber. Es geht nur bis 25%. Ich zeig's euch. Weil der ist das Knockback der Mutual-R zu groß. Quasi. Moment. Moment. Ne. Er war jetzt gerade so in der Range. Vom Disable. Aber bis 25% klappt das eben halt noch. Seht ihr? Das ist ganz nett wie ich finde. Ja ansonsten ist die Mutual-Air eben als fantastische Out-of-Shield-Option. Kommt verdammt schnell raus. Und immerhin hauptsächlich bei Low-Prozent zum Combo. Als mögliches Follow-Up nach dem Down-Throw. Je nachdem wie der Gegner reagiert. Down-Throw muss existieren. Nicht vom Mutual. Zu kommen wir später noch. Aber man kann es als Follow-Up benutzen. Genau so wie Fair. Man kann auch einfach warten und gucken was der Gegner macht. Und davon profitieren. Aber wie gesagt zum Down-Throw kommt man noch. Und ja. Ansonsten eben halt nach den Down-Tills. Zum Damage aufbauen. Das ist doch alles was man zu Neutral eigentlich sagen kann. Verdammt guter Move. Gute Range. Verdammt lang aktiv. Mega schnell. Extrem gut man. Man kann auch den Gegner cross-upen. Hinter den Gegner kommen. Und wenn er weiter im Schild bleibt. Kann man dann eben mal für den Grab gehen. Richtig schön. Und ja. Das ist quasi alles was ich zur Neutral-Air sagen kann. Ja machen wir weiter mit der Up-Air. Up-Air. Und ja. Hab ich euch schon gesagt. Kombo tatsächlich. Ehemals in Up-Sills. Boah. Das war eine geile Kombo. Kann aber auch in Up-Smash kommen. Lustigerweise. Nur ihr seht ja. Das macht nicht so viel damage wie die andere Kombo die ich euch jetzt gerade eben gezeigt habe. Von daher. Ist es eher suboptimal. Aber es geht. Up-Air Up-Smash. Und wir versuchen wieder was da raus zu connecten. Aber es ist wie gesagt nicht optimal. Also Falling Up-Air. Wenn du Up-Sills finde ich am idealsten. Ansonsten ist die Up-Air eben halt zum Jugglen gedacht. Wir wählen hier eine gute Range nach oben. Genau wie der Up-Sills. Verdammt geil Range. Und ja. Bei so 30% Kombo das da in sich selbst auch. Landing Up-Air into Up-Air. Bei den Prozenten Landing Up-Air into Double Jump Up-Air. Mega geil. Na sowas kann man auch machen. Up-Air into Back-Air. Das funktioniert auch. Ja. Also Mewtwo kann man wirklich kreativ benutzen. Und auch kreative Kombos mit Mewtwo entwickeln. Aber ja. Das ist wesentlich die Up-Air. Kommt bei Low-Prozent in den Up-Sills. In der Up-Smash. Bei mit Prozenten Kombo sind sie selbst. Und nach einer Up-Air in Luft kann man entweder Back-Air machen oder eine weitere Up-Air. Das ist so alles was man zur Up-Air sagen kann. Zum Jugglen gedacht. Zum Kombo gedacht. Verdammt gut Range nach oben. Was willst du mehr? Ja. Kommen wir jetzt zur Fair. Die Fair kommen uns tatsächlich bei Low-Prozent in Grab. In Down-Tills. Und natürlich auch ein Up-Tills. Das habe ich ja jetzt schon das öfter mal erwähnt. Mega guter Move. Die Fair. Super schnell. Macht 15% Schaden. Ich meine. WTF. Fuck. 15%. So ein Move. Der Null Lack hat. Disjoint ist. Und sich selbst kommen muss. Und will ich auch Auto-Cancelt. Und will ich auch Auto-Cancelt. Down-Tills. Down-Tills into Fair. Bei 70% und Captain Felton ist fast tot. Bei dem Prozent ist er tot. So ein starker Move. Unbelievable Leute. Was soll ich dazu noch sagen. Der Move ist einfach fantastisch. Gut Leute. Dann kommen wir jetzt zur Back-Air. Die Back-Air wie gesagt. Kommt mit auch in Grab. Kommt mit auch in Down-Tills. Wenn man sich schnell genug umdreht. Was mir gar nicht gelungen ist. Bei Low-Prozent halt. Nur bei Low-Prozent. Ansonsten ist die Back-Air fantastisch. Fantastisch. Fantastisch zum Edge-Garn. Die Back-Air bleibt lange draußen. Covert sehr sehr viel. Und der Gegner Air-Dodge. Dann kann ich danach eine Down-Air machen. Und ich covere dann den Air-Dodge. Und der Gegner ist tot. Also Back-Air into Down-Air. Richtig gute Sache. Aber da kann der Gegner nicht viel gegen machen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und der Gegner weckt die Eyes. Dann chastet er ihn mit einer weiteren Back-Air. Also Back-Air ist meiner Meinung nach. Mit der beste Move zum Edge-Garn. Im gesamten Spiel. Super Smash Bros. Ultimate. Ist mega stark. Mega lange draußen. Mega gute Range. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Die Back-Air ist insane. Und Kills. Obwärlich fantastisch. Der Move ist grandios. Die meisten Moves zum Mewtwo sind echt. Richtig, richtig, richtig lit. Und man kann es auch in Reverse-Air-Rush-Back erkommen. Ist auch richtig geil. Und zwar wenn du einen Strong-Hit bekommst. Er reicht es meistens schon. Seht ihr hier. Kann man jetzt nicht mehr zurück. Weil es Captain Falcon ist. Ist eigentlich ganz einfach. Sowas kann man machen. Geht auch super schnell. Also im Action habt ihr mehrere Möglichkeiten. Im Back-Air ist auf jeden Fall verdammt gut zu Edge-Garn. Weil die Range nach vorne extrem gut ist. Der Move lange draußen bleibt. Und man einiges damit abdeckt. Und ja. Man damit auch Frame-Trappen kann. Und dann direkt eine Down-Air machen kann. Der Gegner eher dort. Die Down-Air dann meistens trifft. Und dann auch Spiked. Also definitiv mehrere Möglichkeiten. Die ergegeben sind. Das geht übrigens auch. Running up and Back-Air. Bei höheren Prozenten. Aber ja. Das wäre das. Das wäre die Back-Air. Ja. Die Down-Air. Haben wir jetzt zum Schluss noch. Ich habe euch ja schon gezeigt. Down-Till Down-Air. Sehr mächtiger Spike. On-Stage natürlich auch. Man fahrs voll in den Up-Smash-Kombon. Und ja. Du müsst halt mit den Start-Up treffen. Ansonsten helft dir den Gegner eher hoch. Weil. Ja. Dann schleuert das nach oben weg. Nur der Start-Up spiked. Seht ihr? Das ist der Start-Up. Der jetzt falsch treffe. Ich kann das gar nicht so richtig falsch treffe. Ich treffe meistens immer das richtige. Das ist jetzt so aus. Der hilft. Hilft man den Gegner quasi hoch. Was ziemlich kacke ist. Also lernst du wirklich zu nutzen. Ja seht ihr? Der hilft meine Gegner hoch. Das ist mega kacke. Also bei höheren Prozenten. Geht das auch nicht mehr. Down-Till Down-Air. Irgendwie zu weit weggeschleubiert. Seht ihr? Dann geht bitte nicht mehr dafür. Nur bis 60 Prozent können wir dafür gehen. Aber ja. Das Baselie Down-Air. Kann man als Spike benutzen. Off-Stage. Würde ich aber nur nach dem Down-Sylt benutzen. Eigentlich. Als Tool-Kombo. Oder. Nach Back-Air als Frame-Trap. Back-Air und dann Down-Air. Der Gegner, je erdosh ist. Kommt da rein. Oder. Ihr habt eh mal diesen Read. Und bekommt die Down-Air. Wenn ihr zum Beispiel Shadow Ball macht. Und eine Option einschränkt. Und die letzte Option. Covered mit der Down-Air. Könnt ihr natürlich auch den Spike bekommen. Aber ich finde. Die Back-Air ist eh mal besser zum Gimpen. Weil die schneller ist. Besser Range hat. Und eben halt auch ihren Job erfüllt. Und natürlich auch die Fair. Killed eben halt. Einen Treffer Off-Stage. Dann war es das. Boah. So der ist wirklich scheiße. Killed. He. Aber gut. Das waren die Areals vom Mewtwo. Kommen wir jetzt zu den Smash-Attacken. Fangen wir mit den Down-Slash an. Down-Slash ist sehr unique vom Mewtwo. Denn. Er trifft nicht hinten. Die meisten Down-Slashes treffen vorne und hinten. Dieser hier nicht. Eine sehr schnelle Option. Eine sehr schnelle Smash-Angriff, wie ich finde. Auch schwer zu punishen. Weil er eben mal zu schnell ist. Guck ich kann ruckzuck wieder danach jammen. Kaum lag der Move. Hat ein bisschen Start-Up. Aber kaum End-Lag. Im Gegensatz zum F-Smash. F-Smash ziemlich viel End-Lag. Hat aber eine beste Range davor. Und mehr Kill-Power. Also Down-Slash würde ich wirklich benutzen. Wenn ihr schnell starken Move raushauen wollt. Versucht auf maximalen Range zu spacen. Damit es auch nicht gepunished wird. Ihr könnt es als Bait benutzen. Manche versuchen es zu punishen. Und dann macht ihr sofort Down-Tilt. Und habt dann euer Kombo. Und die Gegner sich baiten lassen. Ansonsten noch an der Edge. Zum Two-Frame. Seht ihr. Wenn wir jetzt hier mal zoomen. Und Slow-Motion anschalten. Seht ihr wie die Edge gecovert wird. Wenn er versucht die Edge zu greifen. Und die es wichtig timet. Wird er davon getroffen. Wie gesagt. Ist gut zum Two-Frame. Und gegen schlechte Recurries. Die Edge nicht sofort ergreifen. Wie Rosalina. Kann ein ganz gut an der Edge benutzen. Und eben eine super schnelle Option. F-Smash. Hard Punish. Und. Na ja. Ich meine. Wenn man zum Beispiel ein Grab erwartet. Kann man auch Pivot-Apps zuerst machen. Das heißt. Rift Punish nehmen. Hat auch eine verdammt gute Rage da vorne. Wenn er es ein bisschen auflädt. Ist sogar safe. Maximale Space. Ist mega starkes. Viel Knockback hat. Kills super early. 100%. Ja. Bei 80 schon. 80 an der Edge. Ne. Bei Cap'n Felgen noch nicht. Ist halt Cap'n Felgen. Heavyweight. Wäre er richtig an der Edge gewesen. Wäre er auf jeden Fall tot. Komplett an der Edge. Kills eben halt 85. Aber schon sehr stark. So stark ist der Downswish da nicht. Der sollte erst bei 95 oder so killen. Komplett an der Edge. Schleudt auch nach oben weg. Während. der F-Smash. Gerade. Den Gegner wegschlort. Ja. Ich will die. Äh. Move letztlich spammen. Downswish kann man benutzen. Wenn man den richtig einsetzt. Schnelloptions. So kann man eine Edge. Zum Baiten. F-Smash spielt nicht nur. Für arpanisches. Und der Up-Smash. Den kann man ruhig benutzen. Wie gesagt. In der Combo. Landing up air into Up-Smash. Und. Natürlich. Wenn der Gegner versucht zu landen. Mega Disjointed. Man wird da ein bisschen reingezogen. Man kann wirklich. Die Landings. Sehr gut damit abfangen. Ein richtig guter Anti-Air Up-Smash. Ja. Extrem stark. Fassvoll. Und. Heavyweight. Stirbt schon mal 112. Absolut insane. Von daher. Würde ich mal sagen. Das war's. Zu den Smash Attacken. Weil. Das war's. Das ist eigentlich ziemlich einfach zu verstehen. Von Mewtwo Smash angefangen. Anti-Air. Schneller Move. Baiting Tool. Zum Edge Covern. Und. Hard Punish. Jeder Smash Angefahrt seinen Sinn. Äh. Absmash. Den finde ich ein bisschen over the top. Der ist bei Weitem der beste Smash Angefahr von Mewtwo. Und. Ist auch. Meine Auffassung nach. Ein bisschen broken. Aber die anderen sind eigentlich. Vollkommen in Ordnung. Kommen wir nun zu den Spashes von Mewtwo. Haben wir erstmal Mewtwo Biel. Shadow Ball. Ein richtig gutes Projekt hier. Und. Hilft eben halt auch. Seine Landings zu mix up. Na wenn der Captain Falcon jetzt zum Beispiel da steht. Will mein Landing abfangen. Kann ich jederzeit. Mein Landing mix up. Mit der Side B. Und ich kann auch. Ähm. Wenn ich jetzt zum Beispiel. Hier ein B Reverse mache. Dann springen. Dann kann ich. Nochmal. Quasi. Weitens mal B Reversen. Und ich kann auch Side B danach machen. Momentum in Luft zu stallen. Mich länger in Luft zu halten damit. Und. Danach. Nochmal B Reverse machen. Wie geil ist das. B Reverse. Jump. Momentum Stall. B Reverse. Richtig geil. Kann aber auch einfach so. B Reverse. Und dann nochmal. Moment. Das wollte ich jetzt nicht. Und nochmal B Reverse machen. Einfach ohne Side B. Ne. Das ist besonders geil. Auf Plattform. Na ja. Durch. Geht man halt wirklich unberechenbar. Was Landings angeht. Ne. Zack. Das ist so cool. Das ist so cool. Ihr sehen könnt. Aber ja. Das ist natürlich nicht nur eine Movement Option. Sondern. Sondern natürlich auch. Ein verdammt gutes Projekt hier. Also voll aufgeladen. Shadow Ball. Combo nicht. Macht aber extrem viel Knockback. Und wird halt auch mal größer. Je länger ihr es aufladet. Je größer wird es. Voll aufgeladen. Shadow Ball. Combo bei Low Prozent. Höchstens nur eine Dash Tag. Ein mittlerer Shadow Ball hingegen. Die würde ich auch bevorzugen. Combo tatsächlich in Down Hilt. Hits dann ist so groß. Dass ich in Down Hilt kommen kann. Aber ich halt mal in Down Hilt kommen muss. Zack. Mega cool. Was willst du mehr? Und man kann den Gegner auch in Shield zwingen. Indem man kleine Shadow Balls macht. Hat Angst. Shielded. Zack. Grab bekommen. Grab for free. Und wenn ein Gegner in einen Luft Approach. Wie zum Beispiel Pummelhoff. Oder eine Floating Peach. Oder eine Floating Daisy. Kann man mit einem Short Top und Shadow Ball. Aerial Approaches abdecken. Indem man kleine Poicleer hinschlaut. Kann es natürlich auch mit aufgeladen. Shadow Balls machen. Geht natürlich auch. Dann kann man natürlich. Den Boden abdecken. In der Luft ein Shadow Ball. Und den Boden mit Dash Tag zum Beispiel abdecken. Kann man so ziemlich alles. Oder der Gegner hat Angst. Bleibt im Shield. Dann gehe ich. Grab. Je nachdem wie der Gegner sich verhält. Geht man entweder. Für Dash Tag. Oder für Grab. Oder eben halt auch für Down Hilt. So was kann man machen. Wenn der Shadow Ball ein bisschen aufgeladen ist. Kommt er. In Down Hilt. Und voll aufgeladenen Shadow Ball. Kommt er bei Low Prozent. In der Dash Tag. Und der. Voll aufgeladenen Shadow Ball. Killt natürlich auch bei 100 Prozent an der Edge. Mega starkes Projektil. Kann man nicht anders sagen. Ist einfach mega stark. Mega krasses Knockback. Hat aber. Allerdings. Wie Lucario. Nichts. Needbox mehr aufladen. Das ist ein bisschen schade. Was auch interessant ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel. Mit dem Rücken zur Stage stehe. Kann ich das B-Reversal. Und dann zu die Carry Option nutzen. Wenn der Stelle wohl. Komplett aufgeladen ist. Und das ist auch ein bisschen Pushback. Wie ihr sehen könnt. Kann ich easy. Raus gehen. Wenn ich zum Beispiel Back-Emma. Und dann Shadow Ball. B-Reversal. Und dann krieg ich ein bisschen. Pushback zurück. Und kann das als Carry Option nutzen. Ich kann es natürlich auch. Als Art Wave Dash nutzen. Wenn ich kurz vor Landen das mache. B-Reversal. Krieg nochmal so ein Boost da hinten. Wird wahrscheinlich gesehen ab. Seht ihr. Hat ein bisschen was vom Wave Dash. Extrem geil. Also hat er echt. Viele Möglichkeiten. Mehr zu fahren jetzt. So wichtigsten Sachen. Shadow Ball trifft. Nicht an der Kante. Was ein bisschen schade ist. Aber ja. Shadow Ball forstet gegen ein Schild. Und ja. Wenn ihr voll aufgeladen. Shadow Ball aufs Schild. Trefft. Dann ist das halbe Schild auch weg. Und ja. Es wird ihm ein Boost projektieren. Kann man nicht anders sagen. Sollte man aber nicht aufladen. Und sofort abschießen. Und wenn Mewtwo jetzt zum Beispiel blinkt. Weiß der Gegner. Ah ja. Der Shadow Ball ist voll aufgeladen. Und der Gegner verhält sich defensiver. Tentiert mehr zu schilden. Dann kriegt man natürlich mal mehrere Grabs. Und ja. Von sowas sollte man da auch Profit nehmen. Weil. Voll aufgeladen. Der Shadow Ball. Wie bei Samus. Mit dem Charge Beam. Forst den Gegner eben als. So einen defensiven Playstyle. Das ist auch gut zu wissen. Weißt du so. Alles was man zu Shadow Ball sagen kann. Ich finde. Ach ja. Eins hab ich vergessen. Gehen wir mal auf. Null Prozent. Tag der Gegner. In F-Zilt nicht. Kriegt man immer einen Free Shadow Ball. Und kann das sogar noch einen Dash-Tech-Combo. Und. 57 Prozent waren das True-Combo. For free. Ja. Einmal Mist-Tech. Beim Eftels. Shadow Ball. Boom. Mega geil. Ah ja. Das ist basically der Shadow Ball. Movement Option. Geiles Projektil. Recovery Option. Pressure Option. Mind Game Option. Also Martha will einige Möglichkeiten mit. Von daher. Nutzt den Shadow Ball Weisen. Verschwendet ihn nicht. Ja. Kommen wir jetzt zur Daumen. Wie ihr disabled. Ich hab euch ja schon gesagt. Dass das hier geht. Lasted. Mutual Air. Und zwar ist heute in disabled. Bis 95 Prozent. Ansonsten. Wur disabled gebufft. Ist jetzt ein Projektil. Fliegt ziemlich weit nach vorne. Das ist die Max-Range vom Disabled. Macht auch leicht Damage. Und kommt mal in disabled. Bei hohen Prozent. Mit einem Hard Read. Zum Beispiel. Wenn ich jetzt hier. Eftel mal. Er taggt es nicht. Warte. Das ist eher so bei mit Prozent. Eftel. Er taggt es nicht. Pass auf. Und guckt mich dann anschließend an. Dann könnte ich disabled machen. Und zack. Wenn ich eine Rolle rede. Der Gegner in meine Richtung schaut. Kann ich disabled machen. Und bei hohen Prozenten. Kann ich das dann in Smash angekommen. Würde ich immer. In F-Smash kommen. Weil. Ganz ehrlich. Der hat das meiste Knockback. Es sei denn. Hier steht natürlich hier. Und bekommen disabled. Der macht es in Up-Smash. By the way. Up-Smash. Ich hab noch gar nicht gesagt. Der Up-Smash kann auch kommen. Kein Low-Prozent. Mit den Up-Sills. Das geht natürlich wieder in Back-Air. Und dann kennt ihr ja die Follow-ups mittlerweile. Aber ja. Nochmal zurück zum Disabled. Es ist ein Hard-Read. Es ist mega punishbar. Kein guter Move an sich. Aber wenn ihr das bekommt. Dann werdet ihr natürlich dafür belohnt. Könnt ihr bei Low-Prozenten. Einen Down-Hill-Kombo starten. Und bei hohen Prozenten. Könnt ihr eben mal ein Smash-Arrow rausbekommen. Was dann wahrscheinlich sogar für einen Kill sorgt. Mega nice. Aber ja. Das war's dann auch. Mehr kann man natürlich sagen. Das war's. Zum Disabled. Kommen wir nun zu Side B. Side B ist komisch. Kann die Defensive durchbreiten. Man kann es nicht schielen. Und ab 100% hat man Frame-Advantage über den Gegner. Und kann das sogar kommen wollen. Das ist dann eine Art Kill-Kopf. Ja. Ich kann zum Beispiel hinter den Gegner kommen. Cross-upen mit Konfusion. Kann er daraus kommen wollen. Was ganz nett ist. Und bei Low-Prozent geht das nicht. Dann hat ihr keine Follow-ups daraus. Je höher die Prozente sind. So länger ist er in dieser Konfusion gefangen. Das ist auch ziemlich wichtig zu erwähnen. Wenn manche Gegner springen. Dann kann man die mit einem Up-Smash catchen. Und besonders gut finde ich es eben als an der Edge. Weil wenn der Gegner hier shieldet. Auf mich wartet. Dann kann ich einen Off-Garde bringen hier mit. Die meisten paniken dann auch. Springen weg. Dann komme ich vor früh wieder hoch. Ist auch nice. Und ja. Das ist in den Fällen gut. Wo man ähm. Die Backflow nicht nutzen kann. Weil ich jetzt hier zum Beispiel Aerial Spacer. Der Gegner hat Angst vor meinen Aerials. Noch vor ein aufgeladene Shadow Ball. Bleibt im Schild. Dann kann ich fast voll Konfusion machen. Ich hab dann eventuell. Kill-Kopförben daraus. Aber wenn man an der Edge ist. Dann würde ich natürlich. Lieber fast voll. Im Grab machen. Weil Backflow killt. Eben halt bei 120%. Ist dann durchaus besser. Aber trotzdem. Ganz nett. Und. Man kann ehemals im Moment im Luft stall. Der Gegner zum Beispiel. Mein Landing abfangen möchte. Mit einer Up-Smash. Beim Momentum hier in Luft stallen. Und dann ehemals. Mit einem Aerial Whiff Punishing. Das ist auch sehr nice sein kann. Soviel dazu zur Side B. Ist jetzt nicht der beste Move. Aber auch nicht der schlechtste. Mein Leute. Vollidiot. Ich hab gar nichts gesagt. Äh. Dass die Side B reflektieren kann. Ist mir mein Renner aufgefallen. Deswegen jetzt hier. Der kurze Nachtrag. Mit der Side B. Könnt ihr alle Anvorprojektive. Äh. Zurück lenken. Und natürlich auch Item Würfe. So ähnlich wie das Mario Cape. Nur dass es eh mal länger draußen bleibt. So leichter zu treffen. Ja. Wäre cool wenn er jetzt hier. Den Sternenstab aufnehmen würde. Hallo Captain Falcon. Nimm doch bitte den Sternenstab. Gibt ihr den jetzt echt nicht? Verarsche. Ok. Das ist scheiße. Wenn die nicht das machen was ich will. Nimm doch bitte den Sternenstab. Mein Freund. Na geht doch. Na. Ist immer blöd zu demonstrieren. Da. Kann alles zurück lenken. Na. Für mich ist das logisch. Aber für manch anderen vielleicht nicht. Sollte in einem Tutorial auf die Folge vollständigkeitszeile erwähnt werden. Na. Dient auch als Reflektor. Gut. Kommen wir nun zur Abi von Mewtwo. Teleports. Das Edge-Cancelbar. Wie ihr sehen könnt. Die sind schwieriger zu kriegen als bei Palutena. Aber. Wenn man meistens stehen muss. Wie es funktioniert. Dann ist es nicht so schwer. Na. Ungefähr hier müsst ihr stehen. Könnt ihr jetzt Edge-Cancel. Was bringt das? Ist gut für Mindgames. Kann sein Movement ein bisschen variieren. Kann den Gegner chasen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel Forward Fromer. Wenn ich Cyp. Und Edge-Cancel das. Dann kann ich hier Jump-Area machen. Kann den Gegner besser hinterher kommen. Wie ihr sehen könnt. Kann auch danach natürlich ein Special-Move machen. Oder auch andere Aerials. Wie zum Beispiel Mewtwo. Also man hat da diverse Möglichkeiten. Sehr geil finde. Und schwer ist es wirklich nicht. Die Abi kann man auch auf der Stelle machen. Als Spot-Touch-Ersatz zum Beispiel. Denken die meisten Gegner, dass man sich dann an anderer Stelle hin teleportiert. Dann kann ich immer hier bleiben. Und dann eben als Cloud-Hild-Mahn. Wenn man sich damit rechnet. Vielleicht ist es halt Punition. Das Engel-Bar nach oben. Nach unten. Von daher. Echt nettes Ding. Der Teleport. Und ist eben halt die Recovery von Mewtwo. Wie gesagt. Das ist wie bei Palutena. Und dass der Edge-Cancel schwieriger ist. Ich finde. Und ich finde. Der Teleport hat auch etwas mehr Lack. Als der Teleport von Palutena. Also schlechter als bei Palutena logischerweise. Aber ist gut genug Leute. Und ja. Da. Weil ich 5 mal die Ledge gegriffen. Dann greift das halt nicht mehr. Müsste aufpassen, dass er nicht hier ein Teleport macht. Und da oben drückt. Dann greift er die Kante nicht mehr. Aber ja. Das waren ungefähr jetzt so die Specials. Kommen nun zu den Throws von Mewtwo. Haben wir erstmal den Downthrow. Sieht nach einer coolen Kombo aus was. Ist aber keine coole Kombo. Denn das ist Mist. Ne. Nicht True. Das kann man ins Mix abnehmen. Downthrow Fair. Oder Downthrow Neutral Air. Aber es ist eh mal nicht True. Die meisten Gegner springen sogar nach Downthrow. Das heißt man kann die mit Abhilfs versuchen zu chasen. Oder wenn die überein springen kann man auch eine Abärmer. Also nutzt den Downthrow um zu gucken wie der Gegner auf diese Situation reagiert. Und punish dann ehmals der Situation entsprechend. Ne. Wenn der Gegner weg die Eils und springt könnt ihr versuchen mit der Pferde zu catchen. Wenn der Gegner über euch springt könnt ihr versuchen mit einer Abhilfs oder mit einer Abwehr zu catchen. Oh. Oh. Aber das war es dann auch. Weil Downthrow Fair ist eh mal kein True Combo mehr. Das finde ich bei Smash 4. Das ist ehemal ziemlich schade. Deswegen mache ich schon teilweise lieber Abflow bei 0%. Der Gegner ist dann über mir. Das ist aber jetzt in Disadvantage. Macht 4% mehr Schaden der Abflow. Killen kann er eh nicht mehr. Und wenn der Gegner nicht springt kriege ich bei Low Prozent mal einen Abzelt. Schlaue Gegner springen ist mir schon klar. Aber die haben dann den Jump geburnt. Dann kann ich ehemal diese Jumps abfangen. Mit Running, Abzelt oder Abwehr. Das ist ehemal das Gute daran. Ne. Also Downthrow ist ehemals ganz gut wenn man ein guter Spieler ist. Weil man immer die Patterns des Gegners, das Spielerverhalten des Gegners ehemals gut damit punishen kann. Komm, wir tun es sofort. Fortthrow macht richtig viel Schaden. Kann man auch machen. Bei Low Prozent. Aber nur um Schaden zu machen. Ansonsten bin ich nur dafür da um den Gegner Off Station zu bringen. Keine Kombo-Möglichkeiten. Keine Kombo-Möglichkeiten. Vor allem mal versuchen kann eine Dash-Tag zu kriegen. Wenn der Gegner einen Tag nicht kriegt. Aber die meisten springen eh danach. Wenn die Gegner springen wisst ihr ja was zu tun ist. Abwehr. Wie gesagt. Die meisten springen. Versuch den mit der Abwehr zu catchen. Na. Dann sieht das so aus. Also. Forward Throw. Für Damage Aufbau. Und um die Gegner Off-Stage zu bringen. Abfrow. Als Mix-Up. Bei Low Prozent. Um die Gegner über euch zu bringen. Disadvenge zu bringen. Dann dieser Abfrow. Der ehemals der Haupt-Kill-Frau von Mewtwo war. Meinem nach. Mit der beste Throw in Smash Bros. Für die Wii U und 3DS. Der ist hier ehemal kein Kill-Frau mehr. 147 Prozent. Der war Omega Dead in Smash 4. Hier. Allerdings noch nicht. Hier. Killt er ungefähr bei. Ja. 160 Prozent. Ist natürlich Cap'n Felgen fast. Und Heavyweight. Killt andere Charaktere schon eher. Aber. Er ist auf jeden Fall deutlich schlechter geworden. Der Haupt-Kill-Frau von Mewtwo ist jetzt der Back-Frau. 120 Prozent. Fast gekillt. Und er war nicht mal komplett an der Edge. Ist jetzt an der Edge. Dann killt er so auch. Ja. Stage-Control. Und. Kill-Frau. Das ist der Back-Frau. Also die Throws. Sind alle nicht so berauschen. Aber jeder hat seinen Sinn. Nochmal zusammengefasst. Down-Frau. Spielerverhalten analysieren. Wie reagiert er. Und dann ehemal selber drauf reagieren. Den Gegner dann. Komm-Bohren. Forward-Frau. Damage aufbauen. Gegen Off-Stage springen. Meistens springen danach. Versuchen Jump zu catchen. In der Up-Air. Up-Frau. Throw-Mix-Up. Bei Low-Prozent. Geht das immer besser. Wo man eventuell rauskommen kann. Und es mehr Schaden macht. Und Back-Frau. Ebenmal der Kill-Frau. Und auch. Stage-Control. Und Off-Stage zu bringen. Das sind so die Throws von Mewtwo. Das war's eigentlich. Das ist alles, was ich zum Mewtwo sagen kann. Es waren ziemlich viele Infos, wie ich finde. Kommen wir noch abschließend zum Mewtwo-Game. Im Mewtwo wollt ihr natürlich euren Shadow Ball aufladen. Ihr wollt euer Momentum mix-upen. Damit der Gegner nie weiß, wo ihr seid. Dann Druck ausüben mit dem Shadow Ball. Aus dem Shadow Ball. Combo Strings machen. Viel Dash-Dancen. Mewtwo ist halt so Bait-and-Punish-Charakter. Dann geht ihr rein. Macht eure Down-Silt-Kombos. Covert Optionen mit Shadow Balls. Dann geht ihr rein. Durchbrecht die Defensive mit dem Grab. Und das ist basically Mewtwo. Dann mit dem Mewtwo-Air den Gegner cross-upen. Mit aus dem Mewtwo-Air Comboen. Dann damit Pressern. Dann seid super lang aktiv. Dissoited Elektro-Schaden. Somit mehr Shield-Stun. Und ja, das ist basically Mewtwo. Wenn ihr in Luft seid, wenn ihr euer Momentum in Luft stallen damit. Und dann Whiff Punishen, weil der Gegner nicht drauf klarkam. Und dann mit einer Up-Air einen Combo starten. Mega geil. Macht schon Spaß, Mewtwo. Wenn ihr ein bisschen verstanden habt. Und ja, das ist basically ein Mutual-Game. Shadow Ball. Down-Silt. Mutual-Air. Und Landing-Fair. Das sind die besten Moves im Mutual. Ihr wollt den Gegner auch versuchen, Off-Stage zu bringen. Weil Mewtwo ist einer der besten Charge Off-Stage. Denn mit seiner Back-Air hat er eben halt einen der besten Winping-Tools im gesamten Spiel. Da die Back-Air super schnell ist. Dissoited ist. Und ja, verdammt lang aktiv ist. Und auch relativ viel nachschreckend gehört. Von daher würde ich mich über einen Daumen hoch freuen, falls ich euch hier helfen konnte mit dem YouTube. Falls nicht, können wir das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Smash Tutorial. Haut rein. Macht's gut. Und viel Spaß mit diesen legendären Pokémon. Bis dann und ciao. !